Leute, es geht weiter mit Tomb Raider und ich bin ja hier zuletzt. Schieße ich eigentlich nicht ordentlich mit dem Kranatwerk oder warum fliegt sie auch immer nach hinten? So, die zwei habe ich jetzt auch schon mal. Jetzt müssten eigentlich wieder noch mehr kommen. Aber, nö? Jetzt kommen die erst, wenn ich hier bin, wieder, ne? Naja, ich kenne euch doch. Ihr Idioten. Ey, ey! Wenigstens habe ich ihn noch gekriegt. Finde ich gut. Finde ich super. Den habe ich auch gekriegt. Guck mal, hier ist doch auch mal eine Pläne, okay? Na? Nein, 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 aber ich bin einfach mal woanders hingegangen. Ich fand das gar nicht schlecht, aber da gab es keine Deckung. Ach, Mann. Hier sehen wir die mehreren Versuche von Alexis, wie man einen Kampf vergeigen kann. Und die verschiedenen Möglichkeiten. Wo man hinlaufen kann. So, geradeaus oder nach rechts laufen. Ich weiß nicht was. Ich weiß nicht. Tja. Keine Ahnung. Ich finde die Ecke hier nach wie vor gar nicht so schlecht. Wo ist denn hier der andere? Da ist doch einer. Komm her jetzt. Da ist er. Da ist er. Was ist das? Kommen die jetzt raus mal oder nicht? Es sind immer so viele auf einmal, die dann da kommen. Ja, kommt ihr? Oh, es ist immer derselbe Vogel, der mich am Ende killt. Es ist immer so. Ich versuche ihn mit einem Nahkampfding dann hinzukriegen. Dann schießt der andere im Hintergrund. Wie macht man das am besten? Kann mir da nicht mal jemand irgendeinen Tipp geben in so einer Situation? Schrotflinte hatte ich mal gehört. Stopp, benutze mal die Schrotflinte, wenn jemand so direkt vor dir steht. Aber ganz ehrlich, das ist doch voll schwer. Wenn da so ein Typ mit... Der hat auch voll die Panzerung an. Du kommst hier nach vorne gelaufen oder was? Also langsam nervt es mich. Nicht nur langsam, schon die ganze Zeit. Ich glaube, das ist jetzt schon der vierte Versuch oder so. Das bringt ihn, sie muss wieder aus der Reserve raus, wie jedes Mal. Super. Super. Ja, das zieht sich jetzt hier noch so ein bisschen hin. Ihr könnt euch sonst noch vorspulen. Und dann mal geht's von der Spur. Ich muss noch mal das spulen. Also, ich muss noch mal das spulen. Ich muss noch mal das spulen. Dann bin ich noch mal das spulen. Ich muss noch mal das spulen. Hallo. Natürlich bist du verwundet. Das ist auch richtig so. Es ist unglaublich. Echt, ich schwör's euch. Es ist immer der eine, wenn der kommt. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, spurt vor. Ich mag nicht mehr. Ich möchte das abbrechen und mich schämen. Ich kriege in die Ecke und ihr dürft über mich urteilen und mich steinigen für meine schlechten Kämpfe und das weiß ich. Das sind die, die leben ewig. Die haben ein ewiges Leben. Im Gegensatz zu mir. La, la, la. Gibt's eigentlich auch noch einen anderen Weg? Also kann ich auch wieder zurück und nach links und so. Ja. Niemann macht ihr das. Ganz toll macht ihr das. Ich bin ganz stolz auf euch. Und ich darf nie. Ja, nun. Er nervt mich. Er nervt mich richtig da. Ja. 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 Komm. Nein. Nein, 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 nein. Nein. Ey, der lebt ewig. Es ist immer der. Nein. Ich will nicht sterben. Nein, nein, nicht schon wieder. Und noch einer. Komm. Dieser vollpflöten Tief hier. Der, der, der. Komm, stirb. Stirb, stirb. Stirb, nein. Ich mache einen Cut. Ich mache einen Cut. Ich kann nicht mehr. Ich leck mich. Ich mache das jetzt alleine offline. Und dann schalte ich wieder zu, wenn ich es geschafft habe. Scheiße, aber dann habt ihr aber nie gesehen, wenn ich es geschafft habe. Das ist ja auch voll peinlich, oder? Ich meine, dann sieht man nur, wie ich es nicht geschafft habe. Und wie ich es gut gemacht habe, war es keine Sau. Ey, das kann doch nicht sein, oder? Das am Anfang geht ja mal, aber dann wird es kacke. Richtig kacke. Richtig, richtig, richtig. Hallo? Hallo? Die Outsiderin! Sie ist so schlecht, dieses Mädchen. Haben wir es dann mal wieder? Drei Stunden später und ich mache immer noch nur dasselbe. Dann eben der hier zuerst. Oder der da. Hat sich auch so um die 150 Mal schon alle getötet. Immer dieselben, nur am Ende. Nur am Ende, den kriege ich nicht hin. Okay, jetzt kommen sie wieder. Okay. Hallo? So, jetzt kommen die, jetzt kommen die richtig bösen wieder. Ich weiß es genau. Genau. Mach, 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 mach. Sie schießt nicht. Sie schießt nicht. Mach, mach. Nein, ich sterbe. Mann. Komm, stirb. 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 Duck dich doch mal. Hey, komm. Ich habe es, glaube ich, geschafft. Ich glaube, ich habe es geschafft. Ich glaube, ich habe es geschafft. Komm. Nimm dir die ganzen Kram hier von den Leuten. Ich habe nämlich nichts mehr im Petto. Okay. Ich glaube, ich schaffe es diesmal. Ich weiß nicht, warum. Ist nur so eine Ahnung. Kann mich auch total irren. Ähm, ich weiß noch nicht, wo ich hinrennen soll. Wo muss ich hin? Shit. Wo lang? Was soll ich machen? Wo heute? Hallo? Oh, ich will es nicht schaffen. Ich habe es jetzt 5000 Mal gemacht. Bitte. Da. Da seid ihr. Voll kosten alle. Jetzt weiß ich wenigstens, wo sie sind. Komm. Komm. Komm jetzt. Komm jetzt. Komm jetzt. Doch. Ihr alle. Ihr werdet brennen. Sterben. Und wenn ich das hier 500 Mal machen muss. Es ist mir egal. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Nein, 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 nein. Oh Gott, bitte nicht. Nein, 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 nein Da hinten müssen irgendwie noch mehr sein oder so. Ich kann mir das sonst nicht erklären, warum das hier immer noch so läuft. Wie viele sind denn da noch? Scheiße, ich kann nicht mehr. Wollt ihr mich verarschen? Sie ist da unten. Versucht freies Schussfeld zu kriegen. Die Outsiderin ist da unten. Nein. 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 Ob wir bitte nicht alles nochmal machen? Bitte nicht alles nochmal machen. Bitte, 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 bitte. Ey, nein. Ey, ich bin so weit gekommen wie vorher gar nicht und es ist so gemein. Das ist so kacke. Ich mach mal kurz einen Cut, bis ich gleich da bin, wo ich gerade eben schon war. Bis gleich. So, da bin ich wieder und ich hab's eigentlich ganz gut flüssig hingekriegt. Bin sogar nicht gestorben und hab, glaube ich, alle Leichenkrams Sachen eingesammelt. Die ging und das Ganze hier muss ich nur nochmal schaffen. Bitte lass mich nicht wieder sterben. Ich will nicht. Er ist da unten. Versucht freies Schussfeld zu kriegen. Nein. Die Outsiderin ist da unten. Lauf. Ich weiß noch nicht, was ich jetzt hier am besten mache. Hier ist, glaube ich, ganz gut. Hier sind die ganzen Typen. Die machen mir hier meinen Schutzgleich noch kaputt. Ich seh das schon kommen. Und sie stirbt so schnell gerade, echt. Ich mein, die anderen kriegen auch immer was ab, ne? Und sie stirbt gleich immer. Also, natürlich nicht gleich. Aber auch. Ich hab Angst. Ich will nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich muss den da oben einfach nicht ziehen. Wir sollen mal aufhören, zu schießen. Oh, shit. Wenn da irgendwelche sind, vielleicht kriege ich die ja dadurch weg. Nein, 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 nein. Das sieht ganz, ganz übel hier aus. Und ich hab keine Ahnung, was ich machen soll. Wie denn? Was soll ich machen? Je nach vorne läuft, sterbe ich. Ich weiß es. Das ist zu gefährlich. Schnell. Gehen. Oh, ich bin ein Stückchen weitergekommen. Ich bin ein Stückchen weitergekommen. Immerhin. Oh, oh. 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 Nein, 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 nein. Ey, ich leck mich am Arschspiel. Echt. Ich weiß auch nicht. Ich find die Stelle... Oh, ich darf nochmal ab diesmal. Oh, das ist ja ein Gneedicht. Ich bin ein Stückchen da unten. Er sucht freies Schussfeld zu fliegen. Ja, super. Ja, mach den jetzt. Ja, ich mach das gerne nochmal. Feuer. Ja. La, la, la. Das geht nicht. Oh, oh. Kein gutes Plätzchen, nein. Kein gutes Plätzchen, nein. Das war kein gutes Plätzchen. Ich bin voll hinter die rote Tonne gelaufen. Wäre ich mal lieber auf der rechten Seite geblieben, wo ich gerade war. Ey, Hauptsache, ich muss nicht alles nochmal machen. Das ist mir scheißegal, ey. Das ist sowieso voll der Kack-Schieß-Kack-Part. Genauso wie der davor eigentlich. Ja, super. Ganz toll. Das ist ja eigentlich meine Deckung, die ich hier gerade so gut mache, oder? Ist auch nicht schlau. Hm. Jawoll. Immer schön drauf. Ich komme einfach zu euch hoch. Ich komme einfach zu euch hoch. Das mache ich jetzt hier rüber. Ich komme. So. Die einfach eben mal auf die Art erledigt, weil ich keinen Bock mehr auf euch habe. Weil ihr alle blöd seid. Und weil ihr alle gemein seid. Und, scheiße. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Hallo, 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 hallo. Ganz locker flockig bleiben. Hier. Scheiße. Die kriegen mich hier. Was mache ich denn? Nein. 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 Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Aber da oben hätte ich auch nicht bleiben können. Moment mal. Also ich bin von links nach rechts mit dem Seil, bla bla bla. Ja, ja, ja. Ja. Ich finde das super. Jetzt weiß ich den Weg wenigstens. Ich wurde ein bisschen zurückgeworfen, glaube ich. Es ist gar nichts los. Da sind gar keine Rassen. Ich werde überhaupt nicht geschossen. Ich werde überhaupt nicht geschossen. So, und jetzt bin ich an derselben Stelle wie vor. Und jetzt habe ich Pech und mache einen Cut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.